Warte, 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 warte. Ich muss kurz was gucken. Machen wir heute Halten Fieg oder wie? Ja, heute gibt's Halten Fieg. Warte, 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 Zuschauer. Hey, jetzt hab ich ja mein Schwertchen in der Hand. So, hier sind doch alle aufgenommen. Ich kann nicht mal wegmachen. Sonst können wir uns und ich auch nehmen wegen einem Speicher. Sieht doch schon, was ich da für Bilder ein bisschen, äh, für Videos ein bisschen gemacht habe. Und vielleicht wird demnächst auch was so in der Art rauskommen. Entschuldigung, ich bin etwas krank, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ähm, deshalb werdet ihr auch nicht so perfekt sehen, aber wir spielen heute Heidenzik. Heidenzik. Wollt mich dabei, ist auch jeder der liebe Cookie-Marce, der sich aneinanderkommt. Ist was? Du bist, du hast irgendwie einen Fleck da im Gesicht. Was denn? Ich bin halt ein kleiner Cookie-Marce. So. Und heute gibt's mir eine richtig coole Runde. Schnick, schnack, 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 Also. Warte, ich muss noch schreiten. So. Drei, zwei, eins, los. Ja, ich hab gewonnen. Ja. Äh, mein, du bist so unfair. Ich bin traurig. Oh. Du hast eh immer die besten Verstecke. Ich bin aber sowieso schon traurig, weil ich ein 4 Minus in der Deutscharbeit hab. Du hast... Ich hab ja auch meine 4 Minus. Wie? Die schlechteste Note. Das war auch meine schlechteste Note. Das war auch meine schlechteste Note. Ah, dann ist ja gleich steig, dann ist ja unzulich. Äh, hä, hä. Ich werd so schön, wie ich immer am besten. Zack, zack, zack. Ich weiß, wo ich mich verstecken kann, aber... Und wo? Ach, nee, ich versteck mich nicht in diesem alten Dorf. Wo ich mich das letzte Mal versteckt hab und du mich nicht gefunden hast? Ja. Ja. Das war absolut... Und... Mh, muss euch... Hier ist zu. Da ist nicht so... Doch, 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 doch. Da kann ich besser... Da kannst du auch aufs Anrichtung kommen. Kannst kommen! Hm. Also ich nehm mal lieber mein, äh, Schwert in die Hand. Wo bist du? Wo bist du? Also du kannst ja auch auf den Karten gucken, ne? Ja, leider hab ich keine, also wir machen's ohne Karten. Ach so. Niemand hat Karten. Ja, ich hab Karten in meinem Inventar. Ja, die kannst du auch mal wegmachen. So? Keine Ahnung, he, he. Okay. Ups, Entschuldigung, wenn's ein bisschen kurz gerauscht hat. Äh, Entschuldigung, wenn's immer noch etwas gerauscht. So. Bist du hier vielleicht auf keiner wunderbaren Stehtoilette hin? Also, also müsste ich deinen Namen auch sehr richtig sehen. Okay. Also ich bin grade im Superhafen. Stimmt, ich hab... In allen blauen Fisch. Ich hab den Namen ausgeschaltet. Ich könnt den jetzt nicht mal wieder anschalten. Ich glaub, du hast ihn ausgeschaltet wegen neuerer Mystery. Ja. Weil leider von nicht... Ich will deinen Namen! Ah! Ah! Ich will deinen Namen! Oh nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich muss runter! Ich muss runter! Alle... Ich hab ihn gesehen und bist in dein Zimmer! Weg, 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 weg! Hier... So weg! Gott! Oh Gott, ich steck mich da nicht mehr. Was ist so... Auf bist du! Ich versteck mich jetzt einfach hier. Da ist ganz gut. なく! nix! Du Ich, ich? Wartet mal ganz kurz! Ich mo... Bleib mal stehen wo du bist! Ich muss jetzt kurz mal... hier gucken gerade nicht bei audio im spiel so so ein namen auch sehen wo bist du siehst du meinen namen bist du in der poolhalle ich seh dich ich seh deinen namen hallo ich stehe hier an der fenster scheibe ich seh auch deinen namen ich seh dich hier bin ich ich bin hier hast du mich rausgebauen nein ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen jetzt muss ich noch mal komplett aus dem rumlaufen jetzt muss ich mich neu verstecken das ist ganz gut hier entlang hä? wo bist du jetzt schon da unten? wie geht es? wie geht es? nein wie geht es? wir kriegen Oh nein, kommst du. Oh Mann, oh. Nein, du bist doch Oliver. Ich hab dich immer erfasst und dann bist du gleich wieder weg. Wo bist denn du jetzt? Das ist so cool. Heute werden vielleicht zwei Folgen rauskommen. Meine lieben Zuschauer und vielleicht demnächst auch einen Song. Darüber haben wir schon mal geredet, Karius. Ja. Hast du einen Verdacht? Gehst du gerade? Nö, ich fliege nicht. Ich fliege eher. Und jetzt stehe ich. Nicht? Wo? Nö, ich sehe dich nicht. Kannst du die... Also kannst du die rote Achterbahn auf dem Base Center sehen? Ja. Bist du nicht? Nee, weil die 300 Meilen entfernt ist. Aha, das sagt schon mal einiges. Sucht es? Ich will überall Kühe im Wasser. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Wo schwimmen Kühe im Wasser? Bist du hier in Brandoberndorf? Kann sein. Aber ja, hier stimmt. Die schwimmen überall Kühe im Wasser. Ja, weil, weißt du noch, da haben sie gespawnt haben und die dann unsichtbar gemacht haben und jetzt hat der Drang halt nachgelassen. Und was? Wir haben die unsichtbar gemacht. Wo bist du? in Brando? Und am Ende dieser komischen Brücke, die ich hier mal gebaut hab. Ah, ich seh dich. Hallo. Ja, ja. Ich seh dich. Hallo. Hallo. Ich seh dich. Siehst du wie nicht? Hallo? Nicht, aber ich seh da hinten. Was ist denn krass? Oh, ein kleines Dorf. Ja, ein richtig cooles Dorf. Da flieh ich jetzt auch hin. So ein Dorf. Ey, so ein Dorf hab ich schon immer gesucht. Wie? It's up. So in Meser? Ja. Wo bist du? Oh, weg, weg, weg. Ey, du bist so schneller, ey. Ja, weil ich still bin. Okay. Hey, die hier. Da vorne, da vorne fliegst du. Du wohnst mit deinem Schmerz rum. Ey. Hey. Ja, abwecken. Äh. Warte. Ich will dich. Ich will dich noch gar nicht mehr. Mann, ich will. Ah. Ich hasse es. Ich hasse es. So, ich bin etwas viel gespongen. Wer hat hier den einen Pixel auf Diamant-Base nicht ausgekleidet? Hier ist die Schrift, die Art-Mann-Base. Weg. Oh, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Hoi. Hoi. Hab ich jetzt nicht mehr da? Nee. Ja. Nein, das ist klar. Los. Nein, nein, kommt der. Au. Ah, hier sind auch Kürren, da sind überall Kürren, ich hab die Kür, wo bist du, was hast du, oh, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ähm, genau neben mir und da hab ich dich getroffen, du hast mich nicht getroffen, doch, dann musst du mich noch mal drinnen, ah, jo, ich geh dich, guck mal wer hier unten ist, du kleine Lederdinger, oh, die Armbrust, du schöne Armbrust, jetzt hab ich sie aufgesammelt, dreckige Armbrust, ah, ich hab dich jetzt, ich hab dich jetzt, aber wirklich, nein, ich hab dich nicht mal gesehen, Mann, du, ich bin nicht mal, ich bin hier drin! Haha! Warte, 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 warte! Knock, 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 knock! Run,��고,ぎ boundaries, us-d Πα,弄 aquellos Langsburg, territorium,Whisper, holla её. Ui, ich bin ganz weit unten im Meer. Ui, und jetzt werde ich wieder hoch katapultiert. Sicher? Oh, ich seh dich. Da fliegt eine Lore. Ich seh dich. Hey! Oh Gott, meine Maul! Tschüssi! Schmeck du dich weg, ich schmeck du dich weg! Weg, weg, weg! Ja, war jetzt doch super. Nein! Nein, willst du mich haben? Und ich... So, jetzt... Ui, weg, 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 weg! Ich hab dich jetzt... Ja, okay. Dann würde ich sagen... Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen... Ups. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Abo da und abonniert den Kanal, was das Gleiche ist. aber... heute noch mal ein Abo da. Und... Und... wenn wir da jetzt wieder... dann... Ich weiß nicht, es sind es...